Da, sie ist zurück! Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier! Aber Vorsicht! Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Roderick. Aber pssst. Das Sanguinis Etinara. Was steht in dem Buch? Das... Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Du auch. Komme. Ja. Ich sage dir den Herrn Sange, Nein, verflucht! Das ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Aber diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Ugo schläft. Und hiermit herzlich willkommen zur elften Folge von diesem Let's Play. Und es ist jetzt drei Wochen später. Wir sehen alles und niemand sieht uns. Die Welt hat dieses Chateau vergessen. Das Buch geholt haben. Und ich denke mal, der Schmied hat sich so ziemlich eingelebt hier. Sonst würde das nicht so aussehen. Und ja, ich möchte wissen, was dahinter ist. Aber ich will auch wissen, was hier ist. Na los, Rodrik wartet auf mich. Okay, das sagt sie wahrscheinlich hier bei der Tür auch. Ja. Natürlich sind wir eingesperrt. Weil Rodrik wartet. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Begegenlaufen. Na also, das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Warte. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Hm, das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Oh. Ja, wir gehen weiter. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Ja, wenn die Maschinen da sind und das machen können, dann machen wir das gleich. Wo ist denn der jetzt denn? Modric? Da ist er. Bisschen kalt hier, hm? Okay. Es geht um Hugo. Oh nein. Ich komme. Brauchst du mich? Ich, ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Ich bin ja dabei. Ich bin hier, Lukas! Weiter hochgehen ist nicht das Schnellste. Hugo, bitte. Nein. Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich, ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Lorenzius? Nein. Nein. Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht. Wir sollten es versuchen. Okay. Also auf zum Elternhaus. Sie sollten ein bisschen schauen, dass das Haus dichter wird. Ihre Mutter lebt noch? Und ich hörte ihren Namen. Beatrice der Ruhm. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können! Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie... Sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er befragt sie ständig. Sie foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los. Heim zu mir. Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke und dann gehen wir. Nicht sonderlich leicht mit dem Jungen. Aber da das auch wieder so ein kurzes Kapitel war, nehmen wir das nächste Kapitel auch dazu. Bis zum nächsten Mal. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Wir können dort nicht rüber. Diese Brücke war mindestens 100 Jahre alt. Alles sieht vollkommen zerstört aus. Das ist das Ende der alten Welt. Wenn das wahr ist, wie kannst du dann nur so ruhig bleiben? Sieh mal. Die Standarte der Inquisition. Sind sie immer noch hier? Wir müssen vorsichtig sein. Sie sind definitiv noch hier. Sonst wäre das keine spannende Mission. Nicht runterfallen. Bloß nicht runterfallen. Die Rassen sind auch noch hier. Was zum Teufel ist das? Pass auf, Lukas. Was zum... Was ist mit ihm los? Ich weiß nicht, aber es gefällt mir nicht. Verschwinden wir. Sie beachten uns immer noch nicht. Lukas. Darüber denken wir später nach. Los. Es muss ein Bock geben. No. Das sind so viele. Als ich mit Hugo weggelaufen bin, hat etwas die Wachen angegriffen. Ich glaube, dass wir an diesem Tag dank der Ratten entkommen konnten. Ich... Ich verstehe. Das ist also einer der Orte, an den sie zuerst auftauchten. Aber das erklärt ihr Verhalten nicht. Nicht beantworten. Ansatzweise. Sie sind hier nicht willkommen. Das werden sie spüren. Ich spürte, der... Wo ist er noch hier? Steiner. Aber wir können doch noch da drunter springen. Das ist mein Zuhause. Hört ihr mich? Mein Zuhause. Mehr Ratten. Der Landsitz liegt genau vor uns. Da! Eine Tür! Verschlossen. Auf der anderen Seite ist eine Kette. Moment. Die Laterne. Mit ihr müssen sie ihre Truppen durchgeschleust haben. Gute Idee. Ich habe freie Sicht. Du kannst nach unten. Gib Bescheid, wenn du bereit bist. Oh. Ich bin hier. Und los. Vorwärts. Ja, ich bin hier dabei. Lass mich bloß nicht im Stich. Denkst du, ich gehe mir hier ohne dich raus? Nö. Ah. Bin hier schon fast gestorben. Ah. Die Systeme funktioniert gut. Bin soweit. Vergiss mich nicht. Warum sollte ich dich vergessen? Ja. Was muss ich solch noch mit einer Steinschneider machen? Gehe ich zu größer an, nicht viel. Okay. Komm. Äh, Lukas. Wir sind nicht alleine. Oh. Eine Wache. Er lebt noch. Hi. Hilf mir. Irgendjemand. Wir haben ihn. Hey. Du da. Wie viele von euch sind hier? Es tut so weh. Ich will nicht sterben. Nicht so. Nicht so? Ihr habt meine Familie abgeschlachtet. Du verdienst es zu leiden. Bitte. Hab Gnade. Wage es nicht, dieses Wort in den Mund zu nehmen. Aus ihm kriege ich nichts Nützliches heraus. Okay. Was hast du mir so vor? Oh. Das hast du vor. Okay. Hier. Der gehört euch. Er hat bekommen, was er verdient. Gamesia. Hey. Bist du noch da? Hey. Antwort. Da ist noch einer. Dreckskerle. Was habt ihr getan? Gerechtigkeit für meine Familie. Dafür wirst du bezahlen. Dank euch habe ich bereits bezahlt. Aber ich werde nicht noch jemanden verlieren. Hörst du? Ich werde ihn eigentlich nicht umbringen. Aber es sieht eher so aus, als muss ich ihn umbringen. Wo ist denn das Feuerlöschding? Das stimmt leider. Glaub ich. Ich frage mich ja, ob man den Menschen irgendwie anders lösen hätte können. Wahrscheinlich. So, dann hätten wir das noch geklärt. Weiter geht's. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das real? Mein Zuhause. Ist das, ist das da drüben ein Toter? Nein, bitte nicht. Amicia, wir müssen nicht weiter. Wir finden einen anderen Weg. Nein. Ich muss ihn sehen. Die Frage ist, es sieht so aus, als wäre es um ihn herum gewachsen. Ist er dein Vater? Ähm. Oh nein. Nein, du Teufel, ist er. Lukas. Ich weiß es nicht. Treib sie zurück. Das Igni fahren. Schon gut, schon gut. Das ist schon mal her. Da brennt Licht. Keine Sorge, ich gehe voraus. Danke. Wo ist der Vater jetzt eigentlich? Vater, Sie haben seinen Körper genommen. Haben ihn mir genommen. Die Frage ist, warum ist er so lange hier blieb, der Körper? Es tut mir leid. Es tut mir so leid, Amicia. Bitte lasst ihn in Frieden ruhen. Nee, da nehmen wir mit. Doch, wo hast du ihn? Amicia, diese Leiche ohne Rüstung. Er war einer unserer Bediensteten, aber sein Körper... Ja, die Wachen wurden bei lebendigem Leib verschlungen. Doch er... Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Wenn ich nur wüsste, das große Erwachen, seine Nachbeben schwingen weiterhin durch die Zeit. Äh. Warum? Immerhin haben wir dieses Wangen gefackelt und nicht so die letzten Male, dass er die Fackel irgendwo hinstellen oder ohne Fackel weiterlaufen. Was ja furchtbar geistreich ist. Wächst in den Küchen. Schade. Na, dann geht's da vorne weiter. Sie auch? Ja, sie gehen ihn aus dem Weg. Was zur Hölle geht hier vor? Das macht keinen Sinn. Bei uns gehen sie nicht aus dem Weg. Das finde ich ja als Mobbing. Wir sind da. Es ist auf oben. Natürlich. Komm, ich lebe dich hoch. Ja, gewiss. Stellen wir die Fackel ab. Ich meine, sie könnte ihnen die Fackel geben vorher. Weil die Ratten kommen hier ganz offensichtlich auch noch rum. Pass auf. Sie kommen alle hier zusammen. Sie gehen zu seinem Zimmer. Warum ignorieren die uns? Warum ignorieren die uns? So Peter will uns. Lukas, diese Gefäße, das sind nur Infuse. Die sind nicht stark genug. Es muss noch andere geben. Ja. Oh. Da bin ich jetzt eins davon. Wieder. Sonst nix. Warum brennt hier Licht? Da. Da sind noch mehr Gefäße. Alles. Alles, als wäre nichts geschehen. Nein, das ist es nicht. Das auch nicht. Nein. Lukas. Nichts. Warum ist dein Zimmer unberührt? Nein, nein, nein. Das ist nicht, was wir brauchen. Kein Glück? Nein, das sind nur gewöhnliche Tränke. Deine Mutter muss doch an einem komplexeren Elixier gearbeitet haben. Es muss einen anderen Ort geben. Einen anderen Raum. Nein, nicht, dass ich wüsste. Magnus Magnum macht man nicht einfach so. Sie muss irgendwo ein Labor haben. Ich weiß nicht. Wo soll das sein? Laurentius. Er hat sein Labor vor neugierigen Blicken verborgen. Deine Mutter muss also auch... Sie hat nichts erwähnt. Ich habe sie kaum gesehen. Jetzt habe ich es. Gibt es nicht einen Ort, den du nicht betreten durftest? Ich weiß nicht. Einen Ort, den sie beschützt hat? Die alten römischen Ruinen. Da durfte ich nicht hin. Die römischen Ruinen. Ja, definitiv die Idee eines Alchemisten. Wo finden wir sie? Im Garten. Gehen wir. Römische Ruine. Aber warum ist sein Zimmer völlig unberührt? Macht keinen Sinn. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lucas? Hier können sie nicht bleiben. Kommt ihr jetzt eigentlich hier rein oder nicht? Warum ist der da reingelaufen? Warum läuft der da drauf? Habe ich. Sind sie weg? Nein, sie formieren sich neu. Du meinst... Lucas? Hier können wir nicht bleiben. Nach rechts. Los. Ja, ja. Ich komme. Was ist noch mehr? Ich erleuchte das Zimmer. Du kümmerst mit Jungen die Rates. Nichts bauen. Das war knapp. Bewegung. Sie könnten zurückkommen. Ich sterbe vor Angst, Amicia. Ich bin ja hier. Aber wir müssen weiter. An. Ja. 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 Herr im Himmel. Es ist schlimmer als ich dachte. Alles abgestorben. Wo sind die Bäder? Dort drüben. Am anderen Ende. Wir müssen da durch. Das Feuer brennt. Ich weiß. Wir. Wir schaffen das. Kann ich immer noch nicht bauen. Eine Blume. Sie ist unversehrt. Fingerkraut. Glaube ich. Hugo würde nicht wollen, dass wir sie hier lassen. Das ist so richtig. Na dann los. Mach dich bereit zu rennen. Äh. Bereit. Komm schon. Los. Los. Komm schon. Komm schon. Schieß nicht daneben. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Ich glaube es nicht. Sie sieht er an. Wie ein Fluss. Ein Fluss aus Ratten. Das ist der einzige Weg zu den Bädern. Moment. Der Karren. Wir können das Feuer erneut entzünden. Ihn schieben und... Nein. Ich entzünde es und du schiebst. Was? Ganz allein? Du hast gesehen, was vorhin passiert ist. Denkst du, sie lassen uns diesmal einfach durch? Schon gut. Schon gut. Aber halt deine Munition bereit. Der ganze Aufwand darf nicht für die Katz sein. Komm Lukas, vorwärts. Die Würfel sind gefallen. Nee. Verdammt. Er ist richtig... Ich brauch das andere Ding gar nicht. Geht so was. Ich will hier nicht sterben, während ich einen Tafel schiebe. Du wirst nicht sterben, Lukas. Niemand stirbt, bevor wir diese Bäder erreicht haben. Als wäre es... Schicksal! Seit wir uns kennen, wird unser Leben... Chaos! Stimmt's! Aber ich habe die Steuer, also beruhl sie dich und schieb weiter! Wir laufen ab! Wache ich doch! Machst du toll! Sie kommt zurück! Schnell! Wie Lukian! Ihr haltet uns nicht auf! Wie geht es dir? Meine Beine! Tun weh! Wir sind nah dran! Weiter so! Ich tue... ...was ich kann! Das Licht nach drüben! Die Bäder! Wir sind fast klar, Lukas! Mies dir! Ich habe nachgedacht und... Ich... Ich denke, dass... Das... Was, Lukas? Oh! Ich? Ich... 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 All diese... Ziemlich hart im Nehmen. Ja, aber ich glaube, ich werde nie wieder laufen können. Na los, ich weiß nicht, was meine Mutter da unten versteckt hat, aber das lässt du dir doch nicht entgehen, oder? Auf keinen Fall. Los, gehen wir. Diese Stufen, es fühlt sich an wie früher. Das ist gut, denn wir sind auf deine Erinnerungen von damals angewiesen. Meine Mutter wollte nie, dass ich hierher komme. Sie meinte, es wäre gefährlich. Gefährlich für sie, keine Frage. Du hast nie etwas gefunden? Nein, obwohl ich ziemlich neugierig war. Aber diesmal sind wir zu zweit und du bist kein Kind mehr. Wir finden es. Hm, Manni. Wir haben ja nichts, was freundlich. Das bringt auch nichts. Hilf mir beim Schieben. Nun denn. Ja, das ist, das ist dumm. Ähm... Schmarrn. Schmarrn. Und jetzt sehe ich sicher, dass es nicht so, wie das gedacht war. Ähm, ja, und was soll ich machen mit dem Licht? Es ist nicht so, wie geht es? Nehmt! Es ist nicht so, wie geht es? Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitten. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Feulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Feulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. Drei Symbole, vier Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Naja, wir haben hier Feuerschalen. Reinspringen wir dich nicht. Die Schlange, von der bekam ich immer Albträume. Die Kröte, hässlich wie eh und je. Der Schwan. Die haben wir scheitern. Und Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Äh, oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Wenn er das sagt? Ja, neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Oh. Na toll. Hey. Wie siehst du da unten aus? Ein Nest. Die wuseln um mich herum. Und ich kann nichts sehen. Los. Gehen wir. Ich versuche, nichts zu fühlen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Wartest du in der Nähe der Becken? Hey. Ich sehe dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Okay. Das ist falsch. Ich hole mir neuen Stock. Wir brennen ja nicht so lang. Ob ich mir nicht mehrere Stöcke mitnehmen kann, verstehe ich bis heute nicht. Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung. Ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Ja. Das ist die Reinigung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Okay. Ich muss hier hier sein. So. So schnell ich kann. Das Symbol ist Lachim. Das ist die Sublimierung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Ich muss hier raus. Du bist fast da. Danke Lukas. Rede weiter mit mir. Ähm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Äh. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist nochmal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Fäulnis. Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also. Okay. Versteckt unser Freund der Löwe etwas. Ich denke, der Löwe war der einzige, den ich nicht untersuchen durfte. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Ach ne, hier ist dunkel. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Okay. Zeig schon. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien. Die ihm weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut. Gut. Amicia, diese Notizen. Das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Noch ein Fresco. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresco ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinara. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Ich bin noch nicht so weit. Noch überall ein Blut. Mutter, es war alles hier. Und ich ahnte nichts davon. Ich war zu beschäftigt mit Spielen und Herumalbern. Okay, man kann die ganze Geschichte der Tränen. Was ist denn? Was? Lukas. Ambra-Geruch. Unglaublich. Na, rät schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hat aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja. Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Mit dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Donntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie empfindet. Das ergibt keinen Sinn! Das sind Symbole. Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gezäs leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö. Der Alkofen mit dem Vorhang. Der Vorhang, da ist es. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Okay, das muss ich nicht. Ah, das ist dann mal. Ah, das ist dann mal. Aber so schlägt Pfeffer, Minze. Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Lupa, ich hab's. Sie kommen zurück. Sie gruppieren sich neu. Weiter. Wir haben es fast geschafft. Ich komme. Stelle sie gut. Dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig. Nicht zittern. Sie müssen nichts veräumt. Sie kommen zurück. Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut. Aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Amicia, Sie werden das Feuerbecken löschen. Auf keinen Fall. Lukas, pass auf. Er zieht euch. Sie sind da. Sie wissen, was vor uns geht. Aber Sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Bleib einfach vorsichtig. So, tut es. Lukas, pass auf. Dann erbärmen wir die Kupferschütte. Lassen die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los. Die Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor. Die Fackel des Trägers. Amicia, bring mich zurück. Sofort. Lukas, ich weiß nicht, ob du gestoppt hast. Ich weiß nicht, was du fußt, aber mach schnell. Ich halte mich zurück. Ich werde hängeln, Lukas. Er wärme es. Er weckelst vom Leben. Lukas, ich weiß nicht, ob du gestoppt hast. Du hast es geschafft. Lukas, du musst dich beeilen. Ich brauche mehr Zeit. Lukas, ich hab nichts mehr. Lukas! Was? Was geschieht hier? Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Okay. Schlau erraten. Aber die Frage ist, was ist das? Was ist es? Was man hergestellt hat? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt. Wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja. Aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Ugo retten. Ich bin stolz auf dich. Liegen im Schnee. Sie sind da? Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Ugo. Hey, er lebt noch. Ugo! Du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal! Wir haben es! Das Elixier! Lukas, sei Dank! Hier, Ugo! Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit! Sehr gut! Bin ich jetzt geheilt? Ähm, also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia! Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Ugo! Du weißt doch... Sie... Sie kommt nicht wieder. Nein! Nein! Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein! Natürlich nicht! Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen. Ganz sicher! Ob das nicht doch ein schlimmes Nachspiel hat, das ihn angelogen hat? Aber das sehen wir in der nächsten Folge.